Habe ich jetzt eins erraten? Ich glaube, ich habe eins erraten. Ich weiß es gar nicht. Daniel hat wieder sechs Punkte gemacht. Golfloch. Das wird jetzt wieder scheiße. All in one. Golfhane. Das wird jetzt wieder scheiße. Po. Loch. Rad. Einrad. Nein. Was? Einrad? Ich wollte jetzt irgendwas zeichnen, damit ich dir den Punkt geben kann. Ich habe es gerade gedacht. Aber Einrad war noch. Ich wollte jetzt Medizinball sagen. Ach so. Ja, wäre auch. Weil ich darauf saß. Wäre mein nächster Guess. Schokolade. Gitter, Fliegenklatsche. Gefängnis. Boah, ist das passiert. Jetzt haben wir jetzt glaube ich zehn Punkte schon wieder. Wir können ja auch aufhören. Dann. Ich kann halt weder Zeichen noch raten. Ich kann nicht. Stil. Lineal. Keine Ahnung. Linie. Stift. Hacke. Hacke. Ich hätte eine Hacke gemalt. Oh, das ist super einfach. Dreieck. Zelt. Zelt. Mistgabel. Mir wäre nicht zu pein. Schlüssel. Musiknote. Triangel. Ja. Fuck my life. Was? Wie er hier so langsam gebrochen wird. Hey, das macht voll Spaß. Kein Spiel konnte Robin bisher brechen. Dieses schon. Auge. Augeapfel. Dämonauge. Mahlzeit. Müll. Insel. Das ist ein Himmel. Das ist unter. Wal. U-Boot. Wenn du da einfach nur rumkritzelst. Wirklich. Du machst gerade mehr Kreise in die Kreise rein. Fisch. Das ist ein Fisch. Also wir sind unter dem Meer. Und das ist ein Fischnest. Achso. Das ist eine Koralle. Das ist ein Blowfish. Wie heißen die denn? Das ist ein Kugelfisch. Ich weiß ja nicht mehr, ob der wirklich so aussieht. Das ist ein Bärfisch. Das ist ein Hai. Ein Delfin. Seegurke. Was? Ein Seepferdchen. Eine Seente. Seee. Irgendwas mit Seem. Gib mir nochmal Tipps. Seebär. Igel. Igel. Okay. Achso. Okay. Das wäre wirklich. Vielleicht drauf gekommen. Aber ist okay. Nicht deine Schuld. Danke. Ausnahmere. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich einen Seegel. Ich werde jetzt als normalen Igel gemahlen. Ja. Und dann im See. Ja. Aber wie male ich denn nochmal einen Igel? Nun, mit Stacheln wäre gut. So, dass man es erkennt. Äh, Fuß. Haken. Pilz. Sonnenschirm. Angeln. Ja, Schirm. Sonnenschirm ist ja okay. Ah, oh krass. Ich wollte gerade Menschen daneben malen. What? Oh. Hast du schon wieder Profi kauft? Ich weiß. Ich weiß gar nicht, ob ihr das Wort kennt. Eines dieser Wörter. Es ist halt immer so schlimm, wenn man sich dann entscheidet, es doch zu zeichnen. Und dann hat man keine Punkte mehr. Wäsche. Äh. So. Dings. Das ist die große Variante davon. Kachi. Frau, der darauf aufgeblasen wird. Schleuder. 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 Ist das eine Zwille? Zwille ist ein Schleuder. Achso, Zwille kenne ich tatsächlich nicht. Deswegen sagst du auch. Was kennt ihr denn für Wörter? Ne, Zwille kenne ich auch nicht. Achso. Was kennst du denn für Wörter? Schleuder habe ich ja deswegen gesagt. Pool. Ähm. Öff. Prost. Komm mir gleich alles hoch. Ja. Äh. Treehugger. Schaukel. Ja. Schaukel? Ne, das finde ich okay. Ja, das finde ich okay. Ja, okay. Halt die Fresse! Ey, das mockt mich voll. Wenn ihr gleich seht, was es ist. Äh. Wenn es auch nicht. Okay, okay. Pass auf. Pass auf. Elf. Schmiedern. Achso, was war das gerade? Was war das? Eichhörnchen. Ah. Eichhörnchen. Okay, und jetzt? Ne Katze. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Und jetzt? Äh. Sommer. Sonne. Sonne. Himmel. Ja. So. Und? Eichhörnchen Bau. Achso. Äh. Wie heißen die Viecher denn? Diese Flugfledermäuse. Flugfledermäuse. Ja, Flughörnchen. Flugfledermäuse. Flugfledermäuse. Aber ich hab's doch noch richtig gesagt. Aber du gibst selber Tipps. Von daher, ich glaub, wir sollten uns einfach gegenseitig Tipps geben. Ja, also, das ist ja auch lustig. In der Hitze des Gefechts. Ähm. Ich glaub, uns wird niemand da was vorhören. Heiligenschein. Käppi. Hipster. Äh, was ist das? Superman? Ein Anzug. So ein dicker Anzug. Michelinmann. Ja, genau. Äh, Stoppschild. Verkehrsschild. Bauarbeiter. Schneekettenschild. Schneekettenschild. Was steht das für eine, also, äh, Tublerone. Was ist das? Ein Berg. Das ist eine Pyramide. Und da drin war eine Mumie. Ach so. Okay. Deswegen, ich wollte irgendwie die, ja, die Bandagen. Aber da fehlt mir die perspektivische Meisternis. Aber guck mal, bei dem hast du jetzt, zumindest beim Zeichnen. Ich hab einen richtig geraten, Kinders. Ich würd nochmal wollen, ehrlich gesagt. Wollen wir noch eins machen? Es macht schon irgendwie Spaß. Eins machen wir noch, ja. Dann erschieß ich mich. Flughörnchen, ey. Aber bitte nicht hier. Dann kommt noch Erdmännchen oder so. Flughörnchen hast du irgendwie niedlich gemalt, wie es dann noch so klang. Es hat auch so ein Lächeln, falls das ein Lächeln sein sollte. Es war eher so ein verzweifeltes, äh, töte mich. Ich hab halt irgendwie auch jetzt gezielt, dass ihr das noch von gerade wisst und es dann fliegt. Oh Gott. Nase. Nasenloch. Ja, Nasenloch. Was? Achso, das war die Nase. Und Tom bekommt dann eine Nase, weißt du? Das stimmt ja. Dann kommt U-Boot-Kontrolleur mit Mütze auf den Kopf und er bekommt Nase. Flughörnchen. Schmuckkästchen. Nee. Spinne. Kissen. Ja. Was ist, was war das? War das ein Kopf? Ich wollte die Decke noch dazu. Nee, das war der Knopf mit dem. Achso, ja. Krass. Äh, oh Gott. Jetzt hast du aber mir den Punkt gegeben, oder? Robin hat doch gesagt. Hab ich? Fiesling. Echt? Oh, das tut mir leid. Also müssen wir dann Robin auch. Danke, Dani. Ja, bitte. Tanzen. Party. Scarecrow. Cooler Typ. Chillen. Was? Heyo. Phantomime. Hitlergruß. Nee. Nazi. Ich wollte auch halt Hitler sein. Franzose. Was? Wer laufen so Franzosen rum? Tanzen. Michael Jackson. Nightfever-Tanz. Ich weiß, dass es so aussieht. Heißt der Tanz irgendwie sowas? Ist er aber nicht. Disco-Vox. Nein. What? Ich werfe ja einfach nur Begriffe in den Augen. Ich weiß nicht, wie ich es sonst machen würde. Ich gebe euch mal einen Tipp. YMCA. Nein, oh Gott. Mit dem Spiegel. Mit dem Spiegel. Ich glaube nicht, dass er einen Buchstaben als Tipp gemalt hat. Trainieren. Ja, fast. Fitnessstudio. Nein. Gymnastik. Nein. Turnen. Nein. Tanzübungen. Nein. Hält die Fresse. Ausdauertraining. Oh Gott. Ich mache jetzt Yoga. Oh Gott. Jetzt die Kerze malen müssen wir. Oh Gott, das kann ich auch nicht. Wie soll ich das denn so schnell machen? Endlich hat es doch mal keine 18 Millionen Wörter, ey. Pullover. Nee, fast. Ärmel. Messer. Pullover, Ärmel, T-Shirt, Hemd. Sehnen, Muskeln. Kleidung. Klamotten. Streifen. Schlafanzüge. Okay. Ja, okay, ich konnte jetzt dreimal zeigen. Jetzt war es auf unserem Niveau mal endlich angekommen. Ja, willkommen bei uns. Ja, aber Yoga, also, äh, machten die das nicht beim Yoga, diese komischen Positionen? Disco-Fox tanzen? Ja, es sah sehr nach Disco-Fox aus, das gebe ich zu. Weihnachtsbaum. Ja. Ach, schön. Ich habe sich abgelenkt, gleichzeitig habe ich schon im Gelenke geguckt. Oh Gott, nein. Warum? Hund. Katze. Auto-Katze. Einhorn. Ja. Einhorn? Einhorn? Ja. Was? Ja. Wie du auch nur zwei Beine malst einfach. Was? Ne, das lasse ich aus. Was ist, wie zeichnet man denn? Was? Was? Wie sieht eine Moai-Statue aus? Das sind diese Statuen auf den Osterhinseln, oder? Was? Weiß ich nicht, sind das nicht die Moai-Statuen? Ich würde irgendwie Moai-Ey zeichnen müssen. Ähm. Eine Birke. Bürgersteig. Auto. Straße. Ich weiß nicht, was ich zeichne. Ziegel. Ähm. Bodenbelag. Beton. Pflaster. Schön, wie du es wegwirfst und genau das gleiche. Ja. Ich weiß auch nicht, wie man es sonst sagt. Zebrastreifen? Nein. Reißverschluss. Ja. Reißverschluss? Ja. Mein großes Problem ist immer zu erkennen, ob das eine große oder kleine Sache ist. Ja, ja. Das ist halt, äh. Aber man müsste immer so einen Maßstab dazu zeigen. Reißverschluss. Gurkebanane. Schal. Äh. Pfeife. Kermometer. Wie macht man denn noch? Eigentlich ganz einfach, aber... Ich weiß nicht, wie man es nennt. Aber ich weiß nicht, wie man es nennt. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Schlüsselband. Oh Gott. Oh Gott. Ähm. Paar. Gespräch. Freunde. Liebe. Dialog. Freundschaft. Händchen halten. Pärchen. Heirat. Ura. Freude. Spaß. Äh. Glück. Äh. Äh. Kollegen. Zwischen. Die sehen identisch aus. Das muss man... Das muss man... Das muss man bezeichnen. Das hätte nicht so. Hätte nur oft kommen können. Ich wollte noch Sterne malen fürs Sternzeichen, aber... Genau. Das hätte eh nicht funktioniert. Ja. Robin, zeig nochmal. Kopf los. Da hättest kein Platz mehr für den Kopf. Hintern. Penis. Hintern. Hinterteil, aber ich lass hinten sein. Kim Ketteschian. Wir dürfen dann auch nicht vergessen, Dani, den einen Punkt ab und probieren zuzuschreiben. Das tut mir wirklich wein. Das war die Gewohnheit. Äh. Zwerg. Radieschen von unten angucken. Äh. Himmelstor. Äh. Was? Ja, da steht sofort... Ja, es sah aus, als ob er unter einem Grabstein steht. Sack. Papst. Hut. Chefkopf. Pfarrer. Totengräber. Äh, Zylinder. Zylinder. Papst. Dammit. Gut, diese Musik im Hintergrund ist aber auch ein bisschen aufdringlich. Fällt mir jetzt erst um. Äh, Betten. Schlafsack. Heim. Vorhang. Fenster. Follow. Buch. Stalker. Poster. Ja. Schlafsack. Scheiße. Kondom? Nee. Kuchen. Rad. Speichen. Geredert werden. Roadkill. Ach, schon. Geredert werden. Als ob da schon mal so eine Wortgruppe drin war. Unfall. Das, das in, äh. Im Brunnen gefallen. Was zum? Ähm. Ähm. Wie esse ich noch? Ach so, war es zu groß. Nee. Korb? Einrad. Babykrippe. Paralympics. Mord. Julius Caesar. Party. Scheiße. Du hast noch 16 Sekunden? Ja. Äh. Probier's nochmal. Das ist ein Rad oder Speichen oder sowas. Ein Teil. Das ist Roulette. Ich weiß nicht, wie ich es sonst zeichnen kann. Das war schwierig. Dann war ich irgendwann so weit, dass ich nicht mehr überspringen konnte, weil dann noch zehn Sekunden gefühlt werden. Äh, Robin hat... Ja! Das ist das beste Spiel der Zeit. Ja! Du brauchst den einen Punkt nicht mehr. Ich brauchst den. Und ich habe ein Ja! Schön. Gutes Spiel. Sehr schön. Jetzt können wir aufhören. Ich hätte das Bild trotzdem gerne irgendwie als... Das ist ein super Bild. Ich sehe gut aus. Einhorn, das möchte ich auch... Das sieht halt aus. Du hast wirklich so zwei Beine malt. Das finde ich super. Aber du hast es doch erkannt. Ja, ja, weil ich hätte es genauso gemalt.